Yo Leute, zu einer Aufnahme TacketMacket mit den Wernus und mit der Person, die nicht mit dem Computer umgehen kann. Halt die Fresse, ich bin sowieso dabei, also! Der Typ mit dem Windows-590-Krechner. Das muss nicht mal mehr zu sagen! Ne, das muss jetzt sein. Nein, aber das musste man einfach sagen, das muss einfach sein. Ja, aber du brauchst eigentlich Proteröte, du brauchst meinen Namen überhaupt nicht zu erwähnen, da ich halt zu deinem Kanal gehöre. Trotzdem. Du bist so dumm für den Kopfhüter. Ich darf Hopfen keinem trinken. Was ist dein Kanal? Das könnte ich zutrauen. Wie gesagt, okay, jetzt kommt gleich die Gleichtum für Jan. So, ich habe jetzt den Soa-Text als Text-Shop ist drin. Ich teste das mal ganz kurz, ob das läuft oder nicht. Wenn nicht, dann tippe ich das wieder raus. Also, keine Sorge. Ich bin logig in. Ist logig in? Alter, ich bin schon drin. In deiner Mutter. So. Ja, okay. Ich respawne. Aua. Super, es ist nah. Mama, ich bin hingefahren. Mama. Oh, nee. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich darf erstmal wieder zum Berg laufen. Danke. Jan, der seinen Hummerang ausziehen musste. Ey, du kannst ja einen PC bedienen, oder? Kann das sein? Hab ich gehört. Oh, nee. Ich will so schnell das läuft. Ich bin ja raus. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Wie gesagt, da kann kein PC bedienen. Fickt euch. Das wird einfach Thema des Videos. Hack mich. Hack mich. Hack mich. Ich werde dich gerne hacken. Hacken können wir gerne machen. Dann sind wir alles. Dann sind wir alles. Ey, Leute. Das stimmt, das ist alles einfach mal so von Pornos besetzt. Und deshalb hatte ich keinen Speicher. Das ist dein Speicher. Das ist dein Speicher. Ich hab gerade gesagt, aber meine Facecam nicht. Wie die Leute immer gucken wollen. Alter. Junge. Stirb du scheiß Zombie. Vor allem, wir tun die Augen langs, am wegen diesem scheiß Facecam nicht. Geht du im Facegleich sterben, Jan. Rechne damit. Halt dich los. So. Ich hab einen beschissen Jump'n'Run. Versuchen schon mal ein bisschen produktiv zu sein. Kann ich nicht eine andere Strafe bekommen? Äh, müssen wir drüber abstimmen. Ja. Weil ich ja andere Strafe. Mach einen Vorschlag gerne. Ja, mach einen Vorschlag. Ähm. Oh, ich muss jetzt mal die Liste. Erstmal finden wieder. Ähm, warte. Auf. Vercreeper. Regeln, Packet, Maclet. Äh. Sonderrund. Ausschluss. Abnahme von Items fällt schon weg, da wir uns die Items teilen. Ja, das stimmt. Oh, eine Uploadsperre ist weniger Arbeit für mich. Ja. Äh, ja. Äh, du weißt, dass von mir dann noch ein Video kommt. Oh, sweet. Ja, da muss von Morden trotzdem was kommen. Ja, also. Aber das musst du dann selber cutten, weil du so bist. Blablabla. Na gut, meinen Boomerang hab ich hier in der Hand. Du darfst ja jetzt einen Craften. Und dann... Also kein Schwert nehmen. Ein Boomerang. Also du wolltest ja einen Boomerang. Ja, ich wollte dich ja mit den gleichen Waffen umbringen. Ja, das bin ich mal produktiv. Und ich hab schon einen fetten Clan, den ich Vernus gesagt habe. Jo. Aber ich weiß, wenn ich's jetzt schon sagen würde, würden's... auch die neuen mitmachen. Also falls du das neue Game würdest, das bestimmt auch mal versuchen. Deswegen sagen wir es rückst. Du kannst mir irgendwann mal sagen. Oder jetzt einfach mal über... Entschreiben. Das ist... Kannst du ja nicht. Du kannst ja nicht mal Windows benut bedienen. Ähm... Inventor ist clear. Kannst... Ja, stell dich dahin. Stell dich dahin. Ich peinige mich hier. So. Bück dich. Ich guck mir das hin noch auf. Ja, gut. Das war ein guter Wurf. Wenn ihr Glück habt und ich es hinkriege... Aber wirklich nur, wenn ich es ja Glück habe, dann blende ich das jetzt ein, wie der getötet wird. Ups, sorry. Warte. Wie lehm hast du noch? Eins. Death Weapon. Das reicht doch. Ich bin sehr zufrieden davon. Ich bin jetzt dafür, dass wir Morten einen PCE-Kurs bestellen. Ich bin auch dafür. Warte. Oh. Ich und Morten haben jetzt zwei Tode. Machen wir das eigentlich jetzt mit der Schraffe? In einer bestimmten Zeit? Ja, ne? Ja, war abgemacht. Ja. Das gleiche Spiel, ne? Machen wir dann in zwei Wochen oder in einer? Das weiß jetzt nicht mehr. Äh, zwei Wochen war das. Ja, okay. Äh, zwei Wochen halt. Zwei Tode. Zwei Tode. Äh, zwei Sorten. Werner muss noch probieren. Ja, hängt davon ab, wer will von euch umbringen und dann... Du bringst ihn um, weil ich will keine Strafe. Ah, die Sch... Ah! Guck mal! Ranzu, biye im Arsch. Hi! Hallo. Ja, hallo. Hallo! Hallo, heilliey youhyn. Äh, ah... Kohle, 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 Kohle... Ach guck mal, da sind noch ein paar sehr großen Blätter, damit ich den Garten verschöpfen kann. Guck mal, wie produktiv ich bin. Ich bin einfach so freundlich für die Umgebung, Alter. Und wir gehen meinen, Morten. Ich bin schon am meinen. Muss ich eigentlich auch mal machen. Eigentlich habe ich jetzt eher vor, sehr schnell Eisen zu finden. Um dann schnell Eimer zu machen. Ich will erstmal jetzt Fake machen, hallo? Essen. Ich glaube, das ist ja immer wichtiger. Was, was, was? So für Eimer und so und was, ne? Ich brauche noch ein Eisen. Wenner, hast du ein Eisen? Nein, ich habe nicht ein einziger Eimer. Ich konnte nicht abspringen. Ich habe immer noch dieses Gefühl für eine Steuerungstaste. Ja, jetzt gehst du die Strafe. Na, noch nicht. Ist ja noch nichts geklärt. Aber du bist gerade der Favorit dafür, deswegen. Das meinte ich. Drei, zwei, null. Also... Oha! Oha! Scheiße! Alles. Nichts. Einmal ist natürlich Jan durch mich gestorben. Einfach mal. Ja. Wir hätten jetzt irgendwie irgendwie ein Zombie angelaufen. Ey, das war gerade der erste natürliche Tod, kann das sein? Nein! Zweiter. Das stimmt, du bist auch natürlich gestorben. Ja. Ich bin natürlich... Ah, du bist tot, Werner? Ja, nein. Ich bin natürlich gestorben hier. Gerade eben? Nein, in der letzten Folge. Erinnerst du dich noch? Ja. Den packe ich in ein Preview. Ja. Oder habe ich in ein Preview gepackt, wenn das Video ankommen... also fertig angekommen ist. Ja, das Video wird wahrscheinlich nachher rauskommen. Ich finde kein... Das scheiß Ausgang! Oh, klar! Das Problem einfach nur ist, mit den zwei Sichten, das einteilen. Könnten wir uns wöchentlich treffen und dann würden wir halt sieben Videos aufnehmen und dann einfach rüber schicken, die Videos halt alles. Perfekt. Ich habe eine externe Festplatte. Wir könnten einfach jetzt so viel aufnehmen, ich könnte dir die Aufnahmen einfach geben. Ja, das ging auch. Oha! Nein! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Nein! Lass mich! Wehe! Du tötest mich! Ich hau dich rot! Gut, danke! Wo wartest du's? Aua! Ich bin offensichtlich bewusten. Ich gebe die mir jetzt mit Boomerang. Werner, würdest du an die Seeds-Aufgabe machen für ein Feld, das wir alle benutzen dürfen? Äh... Nein! Das tue ich nicht ein. Wir haben nur ein Feld für uns. Ich will mal ein automatisches Feld bauen. Ja, aber jetzt fürs erste Mal. Ja, ich hab genug essen. Deine Probleme interessieren mich nicht. Ich hab auch... Ah, da ist es. Okay. Ähm, mein Ohr. Für das erste. Aber irgendwann haben wir jetzt dann Verbrauch. Du hast beide meine Spitzhacken genommen. Gib meine beiden Spitzhacken. Ich hab nur eine. Ich hatte zwei. Eine ist, glaub ich, kaputtgegangen in letzter Folge. Ja, du weißt du, ich hab mir meinen Arsch geschlagen. Das war... Das war meine Spitzhacken sogar. Weiß ich nicht. Äh... Da... Weg hier, weg hier, weg hier. Ich muss nicht schaufeln. Ach! Fressezombie! Was macht ihr denn mit Schaden? Ich saffe den einfach gar nicht. Oh. Muss ich ihn retten gehen jetzt. Hä? Ähm... Ja, ich hab einen Bogen. Geil. Äh... Wir können meinen gehen, meinetwegen. Ah, schön. Ich bin... Ich mach jetzt erstmal, ähm... 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 Für unser Feld hier einfach. Wir machen es einfach hier. Ich wollte es da oben. Ich würd's da oben an. Times nicht machen. Ne, 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 ne. Lass mal. Da gibt's immer, ob sie rumtrampeln können und so oder was. Im nächsten Part mach ich das Tech-Shapik wieder raus und dann könnt ihr abstimmen, ob das ich... Okay, ich baue mir schon Erde ab. Oder mit. Weißt du was? Ich baue Erde jetzt ab. Nimmst mir Tech-Shapik auf eigentlich? Ja, jetzt gerade schon. Aber ich weiß nicht. Mir kommt's vor, als würde es ein bisschen mehr legen. Ich... Ich lass die Leute dann entscheiden. Ich nehm dann die nächsten Parts ohne auf und dann guck ich mal... Ja, deshalb nehm ich auch ohne Tech-Shapik auf. Dann guck ich mal, bis... Ja, ich will safe sein. Ja. Guck mal. Hi. Hi. Ich tu das erstmal jetzt raus. Wer hat noch... Erde. Ist... ist mein... Ah, mein Erdpenis. Den muss ich mal eben abnehmen. Dein Erdpenis. Ist auch dein Ziel, den du hast. Ja, den hat sich am Ende letzter Folge gebaut. Ist auch der einzige, den du hast. Leck mich. Ach, wenn ich's den keinen PC bedienen. Die Camereen nimmt richtig auf, anders würde ich surfen. Ich hoffe... Und ich hoffe mal, dass es nicht unscharf ist. So, ich muss mich hier muten. Meine Camere hat sich mit Autofokus. Lecken! So. Marke erstmal. Verdecken. So. Könnt ich jetzt ein bisschen mal zucken irgendwann mal? Hallo? Ja, weiß ich. Achja, guck mal. Guck mal, Leute. Das Handy. Das ist kaputt. Einfach vorheile. Ja, ich weiß auch, wie du es kaputt gemacht hast. Warte, tu mal hier die unendliche Wasserquelle rein. Das passt perfekt. Warte eben. Dann muss ich eben schnell Wasser holen. Ja. Prost. Ähm, und ich gehe eben meinen. Wuhuuu! Die Fall sieht schon sehr stabiler aus. Weiß nicht, ob es mir so vorkommt oder auch so ist, aber es ist auf jeden Fall angenehmer. Ja. Bei mir ebenfalls so. Ich benutze jetzt auch nur Default. Also ist die Höhle ausgeleuchtet schon. Ah, geiles Inventory Tweaks drin. Warte, was ist das denn? Chart of Minim. Achso. Oh, das sehen die so komisch aus. Oh ja, die Scharzen werden. Oh, ist die Schlucht? Nein. Ah, nice. Das habe ich gesucht. Ah, Eisen. Schön. So, ich baue währenddessen die erste Futterversorgung. Ist das auch dumm oder was? Ne. Ähm, ich hoffe jetzt stört meine Schwester mich nicht. Nein, der Schalter soll sich verpissen. Ich weiß ja. Ich weiß auch noch, wer sie lebt. Ich weiß noch. Ne, ich möchte aber nicht, wer sie ist. Na, was ist meine Schwester? Hä, kenne ich nicht. Deine Schwester kenne ich auch, Abi. Was? Deine Schwester ist so richtig chillig. Ich weiß. Gibt es in der Familie? Die, ähm, hier. Und meine Schwester kann PC bedienen. Das ist Fakt. Aber, ähm, Werner Schwester hat heute, Werner, ähm, in den Schritt geschlagen. Ja? Sie hat mir irgendwann in den geschlagen. Stimmt. Was? Ja, nebenbei, ähm, wo ich Gassi gehen war, haben wir halt geskypt und dann, ja. Ja. Boah, wie kann man das nochmal einstellen, dass er anzeigt, welche Items ich mache? Ein Teil. Bin durchs Loch gefallen und jetzt bin ich hier. So. Ach, zwei Löcher. Ja. Two-Tip-Options. Drei Loch-Männer. Währenddessen nicht machen, wo ich und ich. Highlight-Tipps. Jo, Highlight-Tipps ist das. Boah, morgen keine Schule. Was? Wieso? Da kommen jetzt, weißt du nicht so genau, aber jetzt kommen ja alle Arbeiten und so. Bei uns. Achso, bei uns war das schon. Letzte Woche. Ja, und Leonie hat's zum Beispiel gar nicht. Ich bin Werner, ähm, warum hab ich mir geärgert damit? Du bist so ein Idiot. Ja, dann wäre das nicht so ein letzter Name. Ja, nun. Boah, Vorname. Hardcore. Hä, Wer, Werner, das weiß doch jeder sozusagen. Ja, das Werner weiß auch jeder, aber, ähm, du hast auch mit dem Vornamen gesagt. Achso, oh. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, mein ich jetzt. Ähm, okay, sorry. Weil die Planeten... Jan, 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 Jan. So. Boah. Das müsste der Lillipads jetzt mal reichen. Ja, okay. Du musst nichts sagen, Morten. Bei dir ist es immer der Nachnamen. Stimmt. Ähm. 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 Ich hab noch 14 Eisen gesammelt. Ach, ne. Warte, 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 warte. Ähm. So. Ich geh mal Seeds sammeln irgendwo. Ach, da haben wir jetzt Seeds. Iron Ore. Ja, ich liebe es. Da brauch ich Redstone für. Und. Und. Also es hört sich an, als ob er sich dann runterholen würde. Hä? Okay. Das heißt, ich hab irgendwie so... Oh. 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 So. Bitte freu dich. Oh. Ja. Oh. 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 Du bist gar nicht so einС wenn es wahrscheinlich so eine Verschallung. Mal. Du bist du mal? Danke sehr. Hi. Ähm. Hier kann man scheiße farm. In der Gegend finde ich. Lass weiter's trip mal in Morten. Komm. Ich baue mir einfach. Ich suche was sie jetzt erst mal. So. Ist auch meine. Boah. Ah. 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 Stimmt. Oh. Stimmt. Er wollte dich nicht sowieso einen Channel machen noch. Was? Ähm. Hier zu Werner gerichtet jetzt. Was, wie? Wer wollte eine Stelle machen? Deine Dingelsen. Achso, ja, Borderlands 2. Mir fehlen gerade alle Wörter. 6-7. Ja, dann zu Werner. Wie lange dauert das noch? 7 und, weiß ich nicht. 7 und 7 Cleanstones. Das ist easy. Irgendjemand aus meiner Freundesgruppe, die ich eigentlich überhaupt gar nicht kenne, spielt jetzt Borderlands 2. Krass für dich. Krass. Krasser Typ, Nigga. Boah, sei nicht so erregt. So, Glas brauche ich dann noch und was? Und da kommt das erste Skalade. Glas. Es will mich ficken, es will mich ficken. Dass ich überhaupt irgendwas ficken will, ne? Das ist schon wunderbar. Das ist schon mies. Alter, leck mich. Bah. Junge. Ach Gott, alles falsch verstehen Werner. Ja, das geht doch nicht mehr. Ja, ja. Ich muss deine Mutter anrufen. Ich habe ihre Hände gemacht. Entschuldige dich. Bist du irgendwie ein Stalker oder so? Ja, der ist richtig heftig. Irgendwie schwul ist das denn? Das ist einfach die NSA in Person. Ja, ich gehöre zu NSA. Ich bin gleich tot an Silberfische. Was, du gehst du nicht? Hey, du Silberfisch. Nein, so ein Scheiß. Oha. Oha. Silberfisch. Mal gucken, wer am Ende der Woche der beste Kandidat ist. Der beste Kandidat. Ich hoffe, der Silberfisch kommt hoch. Du bemerkst nichts. Und in der Zeit, wo du cropped bist, springt er dich um. Zehnmal. Das ist Teamwork, Alter. Richtig. Das ist echtes Teamwork. Du bist echt freundlich. Sag der Richtige. Ja, das hat aber auch Gründe. Warum es so zu dir ist. Na okay, ich kann mit dem Pizio umgehen. Ja, kann er. Das kann er schon. Oh man, ich liebe das einfach. Du Hurensohn! Das ist ein sehr imposantes Werk. Du hast vielleicht imposant. So. Du Fickgesicht, Alter. Du bist Impotenz bei dem Zzz. Ja, das auch. Am liebsten würde ich jetzt eben beim TS was einblenden. Hi. Du weißt was. Ja Leute, bei mir lagts. Ja. Auch ein Clean Stone. Gib mir Clean Stone. Ja. Geil. Ich hab Cobblestone. Ich hab schon, ich hab schon. Was? Okay, warte mal. Komm mir eben ein Block oder sowas. Ja. Morten, wir müssen jetzt Redstone holen. Das ist wichtig. Das ist auch wichtig. Ja, Redstone ist sehr wichtig. Du kannst ja mein Spiel wieder machen. Du kannst ja mein Spiel wieder machen. Das ist mein Spiel überhaupt wieder weg. Oh, ich bin jetzt. Jonge, du bist einfach so dumm. Scheiße. IQ minus 4. Minus 4. Was ist denn? IQ ist so hoch für deine Abonnenten. Ja, sollen wir jetzt machen wir irgendwie eine Spitzhacke? Willst du mit mir Drogen nehmen? Jeder Person, aber nicht mit dir. Oh, mein Spiel ist eingeleckt. Super. Eingeleckt. Ähm. So. Ich hab Fetteisen, aber ich will das nicht verbrauchen. Ich hab Dünneisen. So viel hab ich nicht. So, ich muss irgendwie meine nicht gehen. Ich überleg mal. Guck mal. Mach mal. Wie viele Gegenstände kannst du pro Kohle machen? Ach. Ja, okay. Dann hab ich's. Lol. 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 Mein Spiel ist eingeleckt. Lol. Warte. Du mit deinem Leiko 7 Prozessor. Du mit deinem Leiko 7 Prozessor. Du mit deinem Windows 95 kriegt, ne? Äh, meine Frage. Darf ich kurz die Aufnahme abbrechen, so dass das aufhört zu laggen? Oh nein. Das ist so ekelhaft dann wieder, dass du findest. Ich hab Stand lag, verdammt nochmal. Genau, das ist möglich, oder? Das ist mir auch. Ich will wenigstens cuten können. Er soll cuten können. Ja, die Leute haben meine Tastatur gesehen, weil ich da auf den Knopf gedrückt hab. Ja, das ist schön. So. Und ich hab auch Kameraaufnahme. So was. Ja, okay. Solang das die richtige Zeit hat, also du synchronisierst die Kamera, sag ich jetzt schon. Ich muss das doch. Ich muss das doch. Ja, ja, ich muss das doch. Ah ja, stimmt. Du musst es ja generell machen. Du kannst mich mal am Zykerli lecken, weißt du das? Ja, mein Spiel ist an gut. Danke, endlich. Mein ganzer PC ist grad eingeleckt. So muss das. Ja. Jetzt drei Leute, äh, die sind so nicht irgendwie, was wir im Thema hier suchen. Okay. Ja, wir haben ja Info Sand. Wie viel Sand hat er Info? Beste Frage. So. 20 Kilo. Also bist du jetzt aus dem Spiel raus. Warte mal, ich hab ein Thema. Ich hab ein Thema. Ich kann nichts machen. Ja, oder warte, wir machen es so. Werner, wenn es für dich klarkommt, ähm, dass sein Video halt nicht hochgeladen wird und dann bei mir nur das hochgeladen wird. Und dann bis zu Sicht, die bis jetzt möglich war. Und dass der jetzt einfach lief halt. Und dann... Ich kann nicht mal liefen. Ähm, Taskmanager? Ja, was ist das? Das hat's wieder auf einer Wolken. Hat er es nicht getan. Hat er es nicht getan. Ich hab doch gar gesagt, der hat ein PC das im Nutz. Mh. 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 Wo hat niemand auf die Zeit geachtet? Ähm, wir sind jetzt fast 20 Minuten. Okay. Fast. Dann würd ich jetzt glaub ich jetzt sogar einen Schlussstrich machen. Ah, warte mal. Ah, das brauch ich. Fast gut. Ja, geil. Ich hab nur noch Redstone. Damit... die Kameraaufnahme auch nicht abschlüsst, damit alles safe ist. Ähm. Was mir im ersten Part ja passiert, richtig professionell. Ja, das wär das Schlimme. Das ist es ja. Das... Da würd ich wirklich safe gehen. Aber da hab ich's wenigstens geschickt gelöst, indem ich mich einfach ausblenden hab lassen. Mh. 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 Ähm. Ficken. Ficken. Wer will den erficken? Warte, ich guck eben genau wieviel, wie lange wir aufnehmen. Ah, jetzt nehmen wir genau 20 Minuten auf. Na gut, dann wachen wir gleich einen Karten, wenn ich den allweisen fertig hab. So. Ich würde mal sagen zu meinen Leuten, die noch bei mir in den Fähigkeiten schauen. Leute, wir dann mal schauen. So. Ich würde das auch sagen, ne? Schau. Ja, wie soll man lernen? Schau. 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 Ich würde grad keinen Trick mit meiner Kamera machen. Danke. Okay. Also, check den Ablogplan in meiner Beschreibung. Schau. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.